Das dritte Viertelfinale beim BVB-Legenden-Derby. Es wird spannend und diese Jungs sind am Start. Viertelfinale. Es geht um die nächste Runde. Jude scheint zuversichtlich zu sein. Wollen wir noch mal fragen, wie viel Druck ist denn das jetzt gegen Teile des Trainerteams bestehen zu müssen? Gar keinen. Gar keinen Druck, okay. Jude, in der letzten Runde haben wir es vorhin gesprochen. Dein Kindheit-Hero Stefan Chapuisar, warum kannst du es wieder einmal machen? Ich denke, ich habe den Glück, den er mir gegeben hat. Ich muss ihn einfach stolz machen und gewinnen. Ich bin total fokussiert. Siko? Ja? Das sah bisher echt souverän aus. Eine weitere souveräne Runde von dir? Nur an den ersten beiden. Nur an den ersten zwei kommen. Er weiß, worum es geht. Und Ibi? Ich habe Zorki. Cut, cut. Toni Merlund. Da freut sich noch einer. Jude Bellingham ist voller Vorfreude auf dieses Viertelfinale. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Und es wird immer spannender. Ich kann schon kaum noch mehr als zu sagen, ich drücke euch die Daumen und bin gespannt, wer es macht. Drei, zwei, eins, los geht's. Und Jude schon wieder mit einem starken Start. Chapuisar prescht nach vorne, gefolgt von Lukas Piszczek. In Form natürlich von Felix Paslak. Das sieht nach einem starken Rennen aus von Jude Bellingham. Und Lukas Piszczek, wenn da sich nicht noch was tut. Und wir haben schon wieder einen Gewinner. Ja, er flext die Muskeln. Es ist unglaublich. Ich habe nie jemanden so gut gemacht. Ja, das ist das, was ich wirklich mache. Ich habe den Blick von der großen Legend. Also, ja. Ich schaue alle wieder. Und ich hoffe, dass ich das in der Finale mache. Ja. Mehr als das gleiche. Nur mehr als das gleiche. Ich habe das Gefühl gehabt, die Bälle sind auch hier auf der Bahn viel langsamer zurückgekommen. Also, Stefan Kloos hat auch einige Rennen gewonnen. Das kann nicht an der Bahn liegen. Okay. Dann lag es an mir. So, und damit gehen wir in die nächste Runde.